Gebruik je eigen Technik, um je in einen entspannen Bewusstseinsstaat zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Visualiseer ein zuil von Licht, die aus dem Himmel kommt, durch je heen geht und dann weiter nach dem Zentrum der Erde. Visualisier ein Spiralformiger Dreikolk von Regenbruchlicht, die aus dir hart kommt. Visualiseer, dass diese Dreikolk sich über die ganze Welt ausbreitet und je tweelingziel entwegt und rupt. Visualisier ein Spiralformiger Dreikolk von Regenbruchlicht, die aus dem Himmel kommt. Visualisier ein Spiralformiger Dreikolk von Regenbruchlicht, die aus dem Himmel kommt. Musik Visualisier je Tweeling-Seel, die 2 Meter vor ihr seht. Visualisier je Tweeling-Seel als een ideale Partner in zoveel mogelijk details, zoals hun fysieke lichaam, kleding, aanwezigheid en het Energieveld. Musik 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 Open jezelf voor de energetische aanwezigheid van je Tweeling-Seel. Musik 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 Verbind je Chakras met Chakras van je Tweeling-Seel, Musik 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 von fliebarem Licht. Visualisier ein Strom von Energie in violette Glühre, die Jau an der Twillingsziel verbindet, bei der Kronchakra, die gleichzeitig in beide Richtungen strömt. Visualisier ein Strom von Energie in paarse kleur, die Jau an der Twillingsziel verbindet, bei der Vorhoofdchakra in beide Richtungen tegelijk stromend. Visualisier ein Strom von Energie in blaue Glühre, die Jau an die Twillingsziel verbindet, bei der Kielchakra, die in beide Richtungen tegelijk strömt. Visualisier ein Strom von Energie in grüne Kleur, die Jau an die Twillingsziel verbindet, bei der Kronchakra in beide Richtungen tegelijk stromend. Visualisier ein Strom von Energie in gele Kleur, die Jau an die Twillingsziel verbindet, bei und bei der Kronchakra in beide Richtungen tegelijk stromend. Visualisier ein Strom von Energie in oranje Kleur, die Jau an die Twillingsziel verbindet, bei bei der sexuelle Chakra, die tegelijk in beide Richtungen stromt. Visualisier ein Strom von Energie in rode Kleur, die Jau an die Twillingsziel verbindet, bei bei der Basischakra, die tegelijk in beide Richtungen stromt. Visualisier ein Strom von Energie in grüne Kleur, die Jau an die Twillingsziel verbindet, bei mit Energie stromt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hat binnenin je gebührt. Wanneer wir diese Energie auch in uns Lichtern verankern, kreieren wir ein Magnet, die unser Dwillingsziel nach der Buitenwelt rupt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020